Es passiert nur Scheiße. Welcome in Germany. Das Ventil ist fest. Das war noch nie gut, einen Truck abzuholen und es wird auch niemals gut werden. Du hast gesagt, du willst einen Truck haben. Wenn du ihn nicht haben willst, sag einfach Bescheid, dann ist alles im grünen Bereich, aber so eben nicht. Das können wir heute nicht reparieren. Hamburg, das ist nicht nur die Elbphilharmonie und die Reeperbahn. Das ist auch der Hamburger Hafen, der größte Universalhafen Deutschlands. 2019 kamen hier über 136 Millionen Tonnen Ladung an. Seit 20 Jahren sind darunter auch die US-Trucks von Marco. Also ich schlafe nie gut, wenn ich weiß, ich fahre zum Hafen. Also da dreht sich mein Magen immer schon einmal komplett rum. Ich bin so aufgeregt, das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen. Weil ich ganz genau weiß, es passiert nur Scheiße. Muss man auf Deutsch einfach mal so sagen. So, bumm, Ende. Vor drei Tagen ist der in Kanada gekaufte 2011er Peterbilt-Truck angekommen. Noch steckt er aber in der Zollabfertigung. Das ist eben das, wo alle immer denken, ja, ja, ich fahre mal eben schnell zum Hafen, ich hole mal einen Truck ab und das ist alles easy peasy. Das kannst du mal vergessen. Du weißt nie, ob der Zoll sagt, die Papiere fehlen, wo sind die Papiere von den Teilen, Rechnungen. Du erlebst da die tollsten Dinge. Das ist ja nicht immer nur der Papierkram, der am Ende vielleicht nicht funktioniert, sondern es funktioniert auch die Technik von dem Truck nicht. Das heißt, Batterien runter, Diesel geklaut aus den Tanks. Ja, haben sie uns schon die ganzen Tanks da leer gemacht. Ja, der Druck ist schon ziemlich hoch, dass es heute klappt, weil ich habe morgen einen Haufen Termine in der Firma. Ja, der Kunde, das ist ja der wichtigste Termin morgen, 10 Uhr ist der da. Und der hat ja auch eigentlich nie Zeit hier, der René. Das ist natürlich das nächste große Ding, wenn das heute nicht klappt. Das Hafengelände umfasst eine Fläche von über 72 Quadratkilometern. Auch so wenig Schlüssel nur. Ja, immer. Meine Güte. Absolut. Haufen Ersatzschlüssel. Tür rechts, links, oben, unten, Schließfächer, Staufächer, das sind ja meistens immer verschiedene Schlüssel. Und dann der große Moment. Adam, da ist er. So, dann wollen wir mal gucken, wa? Das Thema, dass die Leute, die dort arbeiten, die die Fahrzeuge von der Fähre runterfahren, dass die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, was sie da tun. Ja, das stand auf der ganzen Zeit auf Strom. Das ist schon wieder hier spitzenmäßig. Siehst du, und da leuchtet auch keine Innenleuchte, wenn du da aufmachst und nix. Nee, null. Weil ein deutscher Lkw ist ein Schlüssel nach links drehen, dann ist alles aus. Beim Ami ist aber der Schlüssel in der Mitte. Drehst du ihn weiter nach links, läuft der Kühlschrank weiter. Radio, CB-Funk, irgendwelche stromfressenden Geräte, dann kommst du da hin, ist die Batterie alle. Ja, dann hast du aber auch richtig Spaß, ne? Ja, ich fahr mal eben zum Hafen. Ich hol mal meinen Truck ab. Und springt er an? Nein, Strom drauf. Noch nicht mal eine halbe Milliampere Stunde ist da drauf. Null. Null. Wir fahren meistens mit einem Service-Truck dorthin und haben dann Batterien dabei, unsere eigenen Ladegeräte, Generator, das ganze Werkzeug. All das hatten wir früher nicht, weil wir immer dachten, als wir mal angefangen haben, wird doch alles schon funktionieren. Nichts funktioniert, gar nichts. Da musst du auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Machst du das nicht, dann hast du Geburtstag. Das war noch nie gut, einen Truck abzuholen und es wird auch niemals gut werden. Das ist so. Wir haben keine Zeit, deswegen schnell mal tauschen und dann versuchen noch mit Starthilfe-Kabel. Steht der US-Koloss morgen früh nicht in der 400 Kilometer entfernten Werkstatt, platzt der Besichtigungstermin mit dem Kunden. Adam, beeil dich, es fängt ja zu regnen. Das brauche ich nicht. Probieren wir mal. Wir haben es halt geschafft mit den beiden Batterien, die wir mithatten. Das sind halt so spezielle amerikanische Batterien, also europäische passen hier überhaupt nicht rein. Die haben wir auch in der Werkstatt schon vorher die ganze Nacht durchgeladen, eingebaut jetzt. Und dann nochmal den Strom von dem Durango dazu, dann ist der Truck angesprungen. Ein Glück. Füllstand vom Diesel, der ist viertelvoll, ist alles gut erst mal. Luftdruck sieht gut aus bis jetzt. Bremse ist fest. Kein Luft mehr. Sag ich dir doch, irgendwas ist doch immer. Wie sollen sie den dann hier hingekriegt haben? Da hat irgendeiner beim Abladen vielleicht, keine Ahnung, zum Feste draufgetreten, rums, runter. Und jetzt kommt das von alleine nicht mehr hoch. Das Bremspedal war ja dann die größte Überraschung an der ganzen Geschichte. Ja, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, Alter. Der 2011er Truck hat in den letzten Jahren den Witterungsbedingungen des amerikanischen Nordens getrotzt. Mal gucken. Salz und Rost haben sich in der Bremsanlage festgesetzt. Wenn wir das jetzt nicht lösen, dann haben wir ein Problem. Ohne eine funktionstüchtige Bremse rollt der Stahlkoloss heute keinen Meter. Und löst sich was? Regnet, das Scheiß steht da. Sowas ist doch nicht nötig, weißt du? Sowas hatten wir noch nie, so eine Scheiße. Das Ventil ist fest. Keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist halt jetzt kaputt, warum auch immer es jetzt kaputt ist. Er ist ja auch irgendwie zum Hafen gefahren. 2000 Kilometer durch Kanada. Ist unglaublich. Warum das nicht mehr funktioniert? Vor zwei Tagen haben wir sie von dem Schiff mal runtergefahren. War alles gut? Steht da zwei Tage da? Springt nicht an? Und Bremse funktioniert nicht. Die erste Hilfe, die kam dann natürlich, indem ich da mit dem Hafenmitarbeiter da telefoniert habe. Die kam dann auch gleich. Und hab gefragt, ob die eine Dose Multiöl haben. Was halt ein Rostlöser ist. Supergau-Stadt-US-Truck-Schau. Ich glaube, unser Spree kommt. 1999 holte Marco im Hamburger Hafen seinen allerersten Truck ab. Mittlerweile kennt man sich. Aber gut, wenn er das jetzt hinkriegt. Leider haben auch die Hafenkollegen nicht immer eine Sofortlösung parat. Normalerweise einmal die Trammer hauen und dann geht das. Ja, kann ich das. Und mit der Zange auch nicht. Diesmal braucht's größere Geschütze. Für heute heißt es Game Over. Das ist gut. Danke. Bitteschön. Ciao, bis morgen. Ich möchte ja was. Ciao, danke, ciao. Bis morgen. Er hat gesagt, er hat Feierabend. Ist morgen früh um 6 Uhr wieder da. Und wenn wir morgen, keine Ahnung, nach dem Frühstück gemütlich 8, 9 Uhr da auftauchen, hat er versprochen, ist das fertig. Der Mechaniker muss den Bremspedal mal einfach abnehmen. Und dann diese Ventil mal aufmachen und sauber machen. Ja, so eine Ventil zum Aufmachen und Saubermachen, das ist nicht mehr kompliziert. Aber brauchst du verschiedene Zange und Werkzeugextra, das ist extra. Hab ich gar nicht gedacht, brauche ich sowas. Nicht nur der Himmel weint heute über den Ausgang des Tages. Fazit für heute, fällt mir nichts ein. Regen, Bremsventil im Arsch, das richtige Werkzeug dafür nicht bei, kannst du komplett in die Tonne kloppen. Das ist American Way of Life in American Way of Ersatzteile. Ja, ja, das ist genau so. So musst du das nämlich sehen. Und was habe ich gesagt? Ich fahre mal eben easy peasy nach Hamburg und hole mal einen Truck ab. Natürlich machst du das nicht so. Es ist immer so. Das größte Dilemma, der Kundentermin ist damit geplatzt. Eigentlich hatten wir nur einen Tag eingeplant. Und jetzt sind natürlich zwei Tage daraus geworden. Das war natürlich nicht so gut, weil sich dann der Termin mit René verschoben hat. Das war natürlich nicht gut, aber was willst du machen? Das war natürlich nicht so.